Musik Dieses ist eines meiner ersten Unterwasser-Videos. Der kurze Film zeigt Aufnahmen von 2003, die ich auf einem Tauchgang in der Karibik vor der Südküste Kubas mit einfachsten Mitteln gemacht habe. Wir begegneten Venusfächern, vermutlich die schönsten unter den Hornkorallen und vor allem vielen Gelbstreifen schnappern. Herrliche Schwarmfische, denen man im Aquarium sicherlich nicht begegnen würde. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020